hallo leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge de witness jawohl wir sind hier in der witness hölle angekommen wir haben ja ziemlich stragelei gehabt am ende der letzten folge aber hey haben uns geschafft wir müssen jetzt hier irgendwie das hier auf zeit lösen wir haben uns das hier mal ein bisschen angeguckt wie das funktioniert weil das dinge geht immer wieder zu und ja wir sind jetzt oder haben herausgefunden oder sind der meinung dass man halt rechts auf der seite die schwarzen punkte einsammeln muss und die farben trennen so weit so gut dann sollten wir eigentlich hinkriegen das dürfte machbar sein rauf runter 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 nach hoch 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 nein das bleibt ungefähr zwölf sekunden glaube ich oder sowas okay also von ganz auf doch ich kann es schon gesagt beide farben nein 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 ja ist vorbei ja oder so kommt schnell schnell jawohl nein die noch zusammen das sollte jetzt auch eigentlich bleiben ja das geht doch nicht aus perfekt das wird dein part das wird dein part vor allem die frage ist ist das das finale oh gott das ist ja mies ein hoch noch ein weiter nach links hoch alter das ist voll schwer also das wenn du mir das erklären willst dann musst du direkt links ein links zwei links rechts naja auch sein weil sonst klappt das nicht von der zeit her ansonsten muss ich mich machen lassen da kommen wir schon wieder nicht lang jetzt anders umgehen müssen glaube ich unten lang wobei warte mal das ist ein 1 das passt ja nicht doch wo kommt das also rechts war ja easy aber links bitter keine schnitte ich glaube da hatte ich es mal zum schluss wir müssen die vertauschen wir müssen die vertauschen mal nach unten keine ahnung da geht jetzt nicht die 3 da geht jetzt wieder nicht die 3 gerade ne fuck boah ist das schwer ne naja moin da kann nicht immer ein einfacher kommen ey geistesblitz da einfach ja danke ey nein ok warte guck mal ein ok ich würd sagen wir sind unten wir sind unten am berg angekommen ne alter was ein stress ist das denn ey ach krass guck mal wo wir jetzt sind mhm das sieht der geil aus ok da haben wir hier wohl Säulenbildschirme und Säulenrätsel kommen dann zum schluss irgendwo hier an wahrscheinlich das sieht schon ziemlich nach Finale aus das sieht wirklich nach Finale aus Finale oh wahrscheinlich kommt hier das Bötchen an oder sowas ja hey aber sicher die die kleine hat auch so ein Bötchen in der Hand gut würd ich sagen ja ich würd sagen wir fangen bei den ich würd sagen wir fangen bei den alle schwarzen Punkte einsammeln und da in die Mitte ins Ziel na easy gar kein Problem ich krieg so hin ich glaub an dich ja versuchen wir uns mal auf die einfachste Arten nein das wäre schon mal falsch gewesen ja jawoll so machen wir jetzt erst das hier Sterne, 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 Sterne was ist denn das Ziel? ach hier auch da wo der Start ist ja immer zwei immer zwei zusammen 1, 2, 3, 4, 5, 6 immer zwei zusammen würd ich sagen ja fuck so dann wo sind die noch zu hey geh mal geh mal zwei nach oben hier von der Mitte aus mhm ein nach rechts ein nach oben und jetzt ne was weiß ich nicht ganz nach unten ja doch müsste eigentlich gehen ne hm wirst du gehen jawoll so dann fangen wir wieder links an weiße oben und schwarze unten ne weiße oben schwarze unten und hast du dir gemerkt? voll und ganz ok es gibt also vier weiße und sechs schwarze das heißt wir können wieder zwei weiße und zwei schwarze jeweils zusammen also zweimal zwei weiße zweimal zwei schwarze und zwei schwarze und zwei schwarze boah und zwei schwarze und zwei schwarze und zwei schwarze und drei weiße naja jetzt muss man aber drei weiße oder hm 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 ist ja voll bescheuert Untertitelung des ZDF, 2020 Oder muss man vielleicht nur schwarz und weiß trennen? Könnte auch sein Geh mal Ne Ja, ja, hoch So, aber jetzt nicht ins Ziel, obwohl... Ne, da hast du schwarz, den Weißen Ja, wir müssen uns ziehen Geh mal, geh mal links rum Geh mal Also hier, weiß integriert Geh mal links rum Okay Dreh dich, dreh dich, dreh dich Wie weit kannst du da? Geh jetzt mal... Ne, geh mal einen zurück Geh zwei nach oben Einer rechts Oder... Geh weiter nach rechts Oder... Geh weiter nach rechts Warte... Ja... Warte Ne... Warte, warte Ne, 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 ne Geh... da... Geh nochmal... Geh jetzt ganz nach oben Geh... äh... Sag doch, was du willst Ich... Ich will das versuchen zu lösen Du gehst ja mal weiter Bevor ich da überlegen kann Äh... Ne, warte mal, das ist falsch Geh nochmal... geh ein Stück zurück nochmal Und dann würde ich jetzt... Weiter zurück, weiter zurück Geh noch einen zurück Geh noch einen zurück Und jetzt ganz nach oben Geh... Nach rechts Ein... Zwei... Ne, weiter, weiter... Geh mal... geh einfach weiter Bis ich sage Stopp Jetzt Stopp, warte Äh... Ja, jetzt muss der theoretisch nur einen nach unten Nach rechts Noch einen nach rechts Es bleibt nichts mehr anderes übrig Als ins Ziel zu gehen Naja... Das würde... Oder es nimmt... Ne, es nimmt sich nicht Jetzt würde ich aufzeichnen Vielleicht nochmal bringen Ah... Ja... Doch... Logisch... Ja genau... Geh hoch... Genau so... Ne, ne... Weiter... Noch einen weiter... Und dann muss die... Jetzt geh... Ne... Geh... Obwohl das könnte auch gehen Jetzt runter... Und jetzt sitzt sie hier... Das müsste von uns sein... Wir wollen immer nach unten... Oder... Hier... Hier unten... Ah... Ok... Ja doch... Ja... Logisch... Ja doch... Ne... Geh nochmal zurück... Gleicher Weg... Also geh nochmal einen hoch... Nein, nein, nein... Einen hoch... Jetzt nach rechts... Äh... Quatsch... Na links... Weiter... Weiter... Bis zum Ende von dem Schwarzen... Dann einen nach unten... Genau... Und jetzt ganz nach oben... Und jetzt den gleichen Weg wieder zurück... Also da unter dem Schwarzen durch... Und dann hast du die Verbindung getrennt... Sehr schön... Ach... Alter... Stressig... So... Schwarze Steine zum Einsammeln... Und Sterne... Was haben wir denn da? Aber nur zwei Sterne und drei schwarze Punkte... Da würde ich sagen... Musst du... Die schwarzen Punkte einsammeln... Und die Sterne trennen, oder? Also... Also... Die Sterne müssen eigentlich zusammen sein, oder? War das nicht immer so... Dass wenn du zwei Sterne nur hast... Dass die getrennt werden? Scheißegal... Sammle mal die drei Punkte ein... Ah... Ja... Stopp... Ne... Geht nicht... Geh... Einen nach rechts... Runter... Hoch... Ja... Geht auch... Schwarz... Alter... Und... Stress ist... Fuck... Und hier... Hm... Oh... Noch mehr Stress ist... Und hier... Und hier... Jetzt mal rein... Und hier... Und hier... Und hier... Ich glaube schon... Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist wieder dein Ding, ey Sollen wir uns nicht erstmal an den schwarzen Punkten versuchen? Ja! Jawoll! Warum haben wir denn hier mehrere Anfangspunkte? Drei Stückungen noch zu sein Damit wir komplett wahnsinnig werden wahrscheinlich Wir sollten hier anfangen Nein, sollten wir nicht Das wird es genauso wenig bringen Alter Schwede ist das kompliziert Das geht aber nicht Wie wäre es, wenn du was machen? Geh mal bei den, ja, na Ich glaub, du musst mehr im Zickzack gehen, oder? Ist doch rechts Dann haben wir aber hier gleich wieder das gleiche Problem Ja, deswegen mein ich ja mehr im Zickzack Also von Anfang an schon im Zickzack Kriegen wir den da nicht mehr Was, wenn man dann bei dem ganz links mal anfängt? Und dann müssen wir quasi hier rechts und hoch, weil wir den sonst nicht kriegen, so Den kriegen wir sonst auch nicht Und den kriegen wir sonst auch nicht So, jetzt sind wir aber hier Nach rechts können wir nicht, da ist das Ziel Dann gehen wir hier nach links So, wenn wir jetzt hier runter gehen Dann Kriegen wir den oben oder den unten nicht mehr Also kann das hier nur falsch sein Geh mal von dem ganzen linken Genau so, warte, stopp Geh einmal nach oben Links 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 Runter Ne, geht noch einer links Hoch Rechts Warte Hoch Rechts Ja 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 Runter So So Ja Hoch Ja Genau So Hoch Da Dann kommen wir gleich an dem gleichen Runter Ja Das war's glaube ich Ja Zack Zack Ziel Der ist es, der Plan Das ist eine räumliche Vorstellungskraft Die letzten beiden Schwarz und Weiß drin Und Sterne Wie viele Sterne haben wir denn? Ein Zwei Zwei Und Zwei Drei Weiße Und Eins Zwei Drei Schwarze Wir haben aber auch zwei Startpunkte Einen oben Ein Ziel unten Und hier auch Aber nicht dass die wieder gleichzeitig laufen Ja Jawohl Doch, tun sie Wer hätte das kommen sehen? Was? Ne, ich würde einen runter gehen, oder? Wo hast du denn da angefangen? Ah da, schwarz Hier haben wir die schwarzen drin Also musst du da die weißen raus Was? Okay, so geht's nicht Ich bin jetzt so drin Wo war ist denn so drin? Ja, warte Ja, geh Ach ne, du kommst ja nicht weiter, ne? Ja Nein Scheiße Scheiße Das ist, wenn du, warte mal, geh mal Geh nochmal zwei nach oben Zwei nach oben, zwei nach links Einen nach unten Nein Äh Ab vorne, warte mal Ich muss jetzt einen oder zwei nach unten Äh, warte mal Ja, jetzt Ne Ja, er Ab vorne, du Ja, mach mal Ja, mach mal Ja, mach mal Ja, mach mal Was wenn du oben anfängst? Hier siehst du ja nichts Musst dir also vorstellen Was auf der anderen Seite alles Gegensätzlich läuft Ja, das versuche ich ja gerade die ganze Zeit Deswegen habe ich ja gedacht, oben anzufangen Wäre vielleicht sinnvoller Dann müsstest du quasi zwei nach unten Ne, warte, geh Ja, geh hoch Ne, andere Richtung Links Ne, das ist das halt Du siehst die anderen jetzt nicht Das ist das Problem Du musst einer links Warte, das ist dann Links runter Wieder links Links Hoch, oder? Theoretisch Links runter, links hoch Ja, oder wo, warte, warte mal, geh doch jetzt mal Ah, ne, warte Ne, wer falsch Warte, warte, warte Links Runter Ja Oh, alter Stress Man, da blubberts Oh, da blubbert was Blubberbläschen Ja, wir haben das hier noch gar nicht gelöst, oder? Ne, wahrscheinlich ist das, um die Tür da zu öffnen Was auch immer das für eine Tür ist Aufzug Na unten, geht weiter Oder ein Haikäfig, man weiß es nicht Egal, weiter geht's, komm So, was haben wir hier? Hier haben wir auch wieder einen Parallelläufer Hm Hast du nur das eine Änderung? Ah, warte mal... Geh... Warte, warte... Hoch... Jetzt... Stopp... Ah ne, warte, geht nicht... Äh... Was ist denn jetzt noch einer übrig? Ja... Okay, warte mal... Geh... Weg... Wir sind für die Uhrzeit... Ah... Warte... Ne, andersrum... Du musst andersrum gehen... Nein, nein, nein... Geh runter den Start... Geh mal... Ja, jetzt hoch... Nach rechts... Äh... Geh mal weiter... Ne, das geht nicht... Ne, das ist verkehrt... Warte mal... Dreh dich noch mal im Kreis, bitte... Wo ist denn der eine... Merkst du dir das? Also, ich geh einfach... Gucke, wo noch einer übrig ist... Und gehe das dementsprechend... Du hast unten... Jetzt... Fehlt dir einer oder nicht? Ja, unten fehlt dir einer... Hast du beide Startpunkte unten? Ja... Ach du Scheiße... Du merkst es dir also nicht... Nein... So geht's... Oh nee... und das Ende sein oder nicht, wir wissen es nicht. Kann ich jetzt da einfach reingehen, ich sag mir ne Brücke. Da kommt ne Brücke. Wird es das Ende sein, werde ich davon ein Screenshot machen, natürlich. Will ich da überhaupt hingehen? Man weiß es nicht. Oh, sieht auch geil aus, warte. Ne, geh nochmal vor. Danke. Jetzt kannst du reingehen. Hinein! Doch da oben. Bitte schließen sie die Tür. Und ertrinken sie. Ich wollt grad sagen, jetzt gehts ja unten oder wie solls oder? Ja, hab ich das abgeschlossene Käfig über Wasser. Und jetzt fehlt uns der Hebel um nach unten zu fahren. Aua! Bis zum Schluss gibt es. Was für Flügel, fliegen wir jetzt? Wahrscheinlich. Oh, und noch eins. Das sieht wirklich aus wie das Ende. Das sieht wirklich aus wie das Ende. Es geht nach oben, wir fliegen wirklich. Ich kann mich nicht weiter umgucken als so. Egal. Das sieht echt am Ende aus, oder? Das sieht echt am Ende aus, oder? Gute Frage. Wir kriegen nochmal einen Rundflug. Wahrscheinlich. Kostenlos. Find ich gut. A bubble. A bubble in a stream. 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 Und jetzt ein Rundflug. An den ganzen Statuen vorbei. Ehh. Guck. A bubble in a stream. Guck. A bubble in a stream. And a stream. stumpf hat ich genieße es ja ich eigentlich auch guck mal die türe haben wir auch noch nicht geöffnet ah jetzt geht's von drübschen süße easy mit magischen händen habe ich sie geöffnet gerade ich wollte dir bei den folgen nicht sagen dass ich das kann weil ich einfach so mit meinem willen die türe öffnen da passen wir aber gerade so durch ne hey warte mal der käfig ist ganz verschwunden stimmt hey der laser fährt sich wieder ein krass alle laser fährt sich ein das ist ja leider falsch gemacht muss noch mal neu machen es wird uns hier noch mal jedes einzelne rätsel gezeigt oder was deine errungenschaften hier warst du überall kannst du dich erinnern willst du diese spannenden unlösbaren rätsel dann doch noch gelöst hast wie stolz du auf dich warst und wir machen jetzt alles wieder dicht schön dass wir da waren der park wird gibt mir eine belohnung verdammt für eine belohnung aber die landen die waren vorher nicht da oder ich bin jetzt auch nicht so gut dran ja ich meine hatte nicht mal irgendeiner gesagt dass man hier noch mal das wasser ablassen kann oder sowas und hier unterirdisch die rätsel haben wir auch nicht alle gelöst aber da hat es wahrscheinlich nur mehr videos gegeben denke ich mal wir haben ja auch nicht von diesen säulen da alle rätsel ich glaube da gibt es doch tausend stück da war zum beispiel eins und hier sind wir gleich am anfang wir erinnern uns vor einem halben jahr oder sowas ich sag ja jetzt was aus dem park geschmissen dann war es doch schön dass sie da waren wir schließen jetzt tschö aber es sind nicht alle laser rausgegangen jetzt explodiert der berg oder so ein phantom doch jetzt gehen sie aus und zack sie ist schon ein park geschlossen hier kamen wir her hier kam ich her du bist doch nicht her gekommen da warst du noch nicht dabei wer ist das in der zweiten oder dritten folge vor allem woher kamen wir eigentlich aus dieser röhre da aus dem u-bahn schacht das wird der tunnel da geflutet und man wartet natürlich aber war es das jetzt ich nehme es mal an weil wahrscheinlich nicht mehr so viel zu passieren außer dass wir alles rückwärts nochmal abspulen in die gebärmutter zurückflutschen wir sind benjamin button das war's das war's das war's ok kurioses ende herzlichen glückwunsch kurioses ende aber ey hat bock gemacht das game anstrengend schwierig aber hat echt bock gemacht also bei ganz vielen rätseln habe ich gedacht das schaffen wir nie und wir haben es doch irgendwie geschafft also hab ich auch eine belohnung wäre schon nicht schlecht gewesen ich habe noch nicht mal eine trophäe bekommen aber irgendwas war zum schluss eingeblendet aber ich sehe einen schwarzen balken ach so ja ne ich habe bei mir die ganzen belohnungsanzeigen und so habe ich bei mir ausgestellt damit die mich nicht im video jedes mal nerven stimmt ja krass kann man sich von festen lassen vom spiel aber das ende ist dann doch etwas enttäuschend ein bisschen schon also ich hätte mir jetzt auch ein bisschen mehr erwartet beim ende aber ich meine von der action her die in dem spiel geherrscht hat eigentlich passendes ende das stimmt auch wieder action war nicht viel aber brain musste man echt gut anstrengen aber wie gesagt alleine hätte ich das glaube ich nicht komplett durchgezogen ja hast du ja auch nicht ne ich glaube wir hatten trotzdem mal geguckt ob der hersteller noch irgendwelche anderen oder ähnlichen spiele rausgebracht hat aber ich glaube das war tatsächlich das einzige das war das einzige ja was die haben ja in dem sinne ich weiß nicht wer jetzt zwar aber dürfte gerne noch ein überarbeitetes vielleicht action reicheres äh spiel neues spiel nachfolge rausbringen ja fände ich jetzt auch nicht schlecht ja schauen wir mal ne dann nächster schritt wäre dann wirklich Sherlock Holmes mal gucken mal gucken ja rätsel rätselspiel ähm wir hatten ja auch mal an äh überlebensspiele gedacht ne wie zum beispiel deep stranded oder ähm subnautica oder ja das ist halt bei stranded deep sag ich ganz ehrlich weiß ich nicht ob ich das jetzt nochmal let's playen würde im koop weil das ist im endeffekt eigentlich das gleiche äh wie im single player nur dass du es halt zu zweit machst mhm subnautica ein geiles game schade dass es das nicht im koop gibt finde ich halt ein bisschen blöd wenn man da nur noch zuguckt ähm aber so sowas wie Sherlock Holmes würde ich feiern oder wir hatten ja auch schon mal nach anderen rätselspielen nochmal geschaut wir lassen uns da mal was einfallen wir gucken mal wie wir das machen was wir machen auf jeden fall werden wir dann nochmal zusammen am start kommen und äh wie gesagt Sherlock Holmes hatte ich mir jetzt extra geholt deswegen auch Olli ne mhm also schau mal kriegen wir hin auf jeden Fall und äh ansonsten wenn ihr irgendwelche rätselspiele noch im petto habt oder sowas wo ihr sagt ey das wäre genau das richtige für euch schreibt es gerne mal in die Kommentare ich hatte ja auch nochmal an dieses Cube gedacht das hab ich ja schon alleine mal durchgespielt du ja noch nicht äh ja aber es wäre dann ja ähnlich wie hier ich meine es liegen natürlich so Spiele auf der Hand wie äh wie hieß das noch It Takes Two oder sowas ne It Takes Two zum Beispiel auch ein geiles Spiel haben es auch immer oder da gab es ja noch ein anderes Spiel wo du dich so äh als zwei Spieler ergänzen musstest ja klar aber ähm ja also die würde ich jetzt auch nicht unbedingt wollen ähm aber die man noch nicht kennt die vielleicht auch so aufgebaut sind aber ja da seid ihr gefragt genau schauen wir mal ihr schreibt uns mal was in die Kommentare und wir gucken uns das Ganze mal an überlegen mal wie wir das dann auch gemeinsam dann hinkriegen und dann wird auf jeden Fall in Zukunft noch was von uns beiden kommen würde ich sagen ja ansonsten vielen Dank dass ihr dabei wart war ein cooles Game war ein cooles Let's Play hat Spaß gemacht und äh ja wir bedanken uns für den Support dafür dass ihr zugeschaut habt für die Kommentare für die Likes und natürlich auch für die Abos könnt ihr natürlich nach wie vor gerne äh so fortführen und dann sehen wir uns in einem anderen Let's Play wieder ja ich war dabei sehr schön damit beenden wir das Let's Play The Witness Spiel ist durch und ja dann sehen wir uns bis dahin ciao ciao kommt von dir kein ciao tschö